Die Schönheit des Marmors bereichert das Feinsteinzeug-Sortiment von Supergrass mit vielen neuen Designs. Brecce Eine Kollektion aus unterschiedlichen Materialien mit abwechslungsreicher Wirkung. Jahrhundertelang spielte Marmor eine unbestreitbar dominierende Rolle in Kunst und Architektur, in Italien und auf der ganzen Welt. Supergrass hat für sein Projekt Purity of Marble Brecce vier seltene und kostbare Materialien ausgewählt. Capraia Marmor war das Material, das Florenz in der Renaissance sein unvergessliches Stadtbild mit hellen, leuchtenden Farben verlieh. Breccianera hat einen starken Charakter mit tiefer, detailreicher Zeichnung. Robica Grigia zeichnet sich durch ein Muster aus umfangreichen, blassen Adern auf perlgrauem Grund aus. Breccia Paradiso enthält verschiedene nussfarbene Fragmente mit grauen Akzenten und einer cremefarbenen Aderung. Das große Format der Fliesen intensiviert die Nuancen und die natürliche, ununterbrochene Entfaltung der Aderung. Musik 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 Brecce ist die richtige Wahl für alle, die die Reinheit und Eleganz von Marmor lieben, aber eine strapazierfähige, praktische und hygienische Alternative aus Feinsteinzeug suchen. Vielen Dank.